Moin herr und hallo und auch herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Den wollte ich töten. Na egal. Ähm... Ja. Und dann wollen wir mal starten wieder. Mal tun wollen tun machen werden tun müssen können. Ja. Hier sind reichlich Skelette. Und hier die Farm. Wie hast du das denn mal genannt? Das ist ne Dings Farm und da ist ein Creeper. Ja ne Dings Farm. Das ist ne automatische Farm. Ja nein wegen den Kürbissen. Wegen den Jack-O-Lanterns. Achso und die Horror-Farm. Horror? Ach ich dachte der wird anders heißen. Naja. Ähm. Oh Walle. Warum ist der Creeper eigentlich der? Da ist der Greeper. Oh hi. Tschüss. Hi. Aua. Hab ich dich ge... Ne es war Skelett. Skelett. Eine Tonne von Skeletten und mir fällt grad was ganz behindertes auf. Was? Ich bin einfach mal immer noch im Game Mode von der letzten Folge. Ach du. Weil... Ja ich hab hier nur noch Screenshots gemacht von dem was der Doktor hier gemacht hat. Ähm. Die Festplatte war voll. Der muss ja unbedingt... Ich muss essen. Er muss ja unbedingt noch diese Farm genau dann bauen. Ja. Ja. Genau dann. Ja scheiße ich hab kein Dreck mehr. Ähm. Das wird sich im Laufe der Zeit noch genug Dreck ansammeln. Mittlerweile hab ich jetzt auch eine externe Festplatte. Dann läuft es wieder besser. Endlich wieder lang aufnehmen. Nein. Ein Skelett. Nein, 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 nein. Ich hab grad kein Essen. Das ist blöd. Das ist ganz blöd. Ich hab noch Essen. Ja, ich geh wieder in meine... Zu meiner Truhe. Ich geh in meine Truhe. Dann leg ich mich dann rein und schlaf da drin. Das wär eigentlich ganz cool, wenn man das machen könnte. Ach ja, und wie man auch sieht, ich hab ein anderes... Das ist so ein Sarg, ne? Ja. Ein Sarg. Ich hab wieder ein anderes Texturenpaket drin. Denn eigentlich mag ich die anderen auch ganz gerne. Aber... Ja. Und wie man auch sieht, ich habe wieder Mods. Ich habe wieder Mods. Und raten wir, was in den Mods ist. Ähm... Ja. Hier Optifine, wie immer. Nee, überhaupt nicht. Genau. Und dann... Hm... Race, Race oder wie auch immer Minimap. Ja, ich wollte... Ja, ich hab ein Dach drin. Wart mal, was da drin ist. Ja, jetzt hast du einfach nur ein Dach gelabert, du Cheater. Ähm... Und... Was hab ich noch? Ach genau, Inventory Fix. Und natürlich Forge. Denn... Es gibt jetzt endlich wieder ein Programm, das ich davor auch mal genutzt hab. Ähm... Crafting Terminal. Das kann ich nur... Oder Minecraft-Phase und Stranger. Ich glaub, die kennen jede Sau. Ja, Minecraft... Ja, muss nicht jeder kennen. Ähm... Und... Das ist echt... Irgendwie Ausländer nicht, weil... Das ist ja eigentlich... Auch mit mehreren Sprachen. Ja. Aber irgendwie man in... In Chat sieht... Ähm... Ja, du Schlau... Ähm... Ja, du Schlau... Ähm... Als würden es jetzt Ausländer verstehen. Wie wir Ausländer... Ja. Also, wie... Ja. Wie rassistisch das allein schon klingt. Ausländer, wenn man es so sagt, finde ich... Ja, ist aber... Anderssprachig. Keine Ahnung. Eigentlich schlimm. Ausländer. Die außer dem... Land. Außer Deutschland sind. So. Gehen wir mal... Pennen. Außerhalb Länder. Äh, lol. Wo ist mein Bett? Die sind außerhalb. Die sind nicht im Reich. Lol. Wo ist mein Bett hin? Das hast du hinten bei der Farm, hab ich gesehen. Ach ja, genau. Genau. Der ist so schlau. Oh ja, genau. Ach ja, ach ja. Und ich bin übrigens so doof. Ich hätte mir einfach ein Feuerzeug fürs TNT machen können, ne? Ja. Ach ja, ich bin blöd. Da stimme ich dir zu. Ja. Und... Stimmt, da habe ich auch noch meine Workbench und da ist auch noch so ein... Alter, was ist denn hier los? Das ist doch nicht wahr. Scheiße. Scheiße. Und natürlich in dem Moment ist natürlich mein... 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 Mein Schwert kaputt. Scheiße. Ja, das... So. Ich kann mal wieder ganz flugs nach Hause. Scheiße, Creeper. Tschüss, Creeper. Muss los. Hepp. Hoffentlich ist Wasser auch gut. Wasser. Äh. Muss weg. Muss weg. Muss pennen. Muss pennen. Muss pennen. Muss pennen. Los. Scheiße. So, jetzt geht's weiter. Aber gerade wieder ein Problem und... Geht's weg. Ich sag nur, manche Leute sind so schlau, wenn man denen was sagt, dann denken die einfach nicht dran. Ja, ich mach mal eben bisschen Brot, damit ich überhaupt die Nacht überlebe. So. Ja. So. Ich hoffe auch mal, dass es jetzt nicht mehr asynchron ist. Das wär beim letzten Mal so. Aber da ich jetzt die Aufnahme des Spiels und die Tonaufnahme separat mach, soll's besser gehen. Genau. Ne, wok, ne, wok. Achso, und Sandi. Was? 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 Ich muss nur noch ein Schwert machen, weil man ist sehr kaputt gegangen. Dann macht ihr das. Mitten im Kampf. Es ist kaputt gegangen und dann ist der Creeper explodiert. Das ist ziemlich scheiße. Aha. Ach ja, was andere machen wollte, das könnte vielleicht auch helfen, aber ich glaub, du kannst doch ein bisschen mehr hängen, keine Ahnung. Ja, ganz ehrlich, warum machen wir eigentlich so spät eigentlich noch Aufnahme? Naja, was heißt, so spät es geht? Ja, aber... ...und diese Uhrzeit nehmen wir eigentlich normalerweise nicht auf. Scheiße. Ja, es ist grad, äh, weißt du, wie spät's grad ist. Nein, sonst man sich die Uhr. Ich hab die Uhr grad nicht. Fast. Also abends. Also abends. Ja, abends. Nicht morgens. Morgens, der muss verrückt. Ja. So in der Früh stell ich doch nicht auf. Ich schon. Ja, du bist ja auch Chris. Ach was. Drei, neun, vier, uh. Ich bin tatsächlich, wie bist du eigentlich auf den beschissenen Namen gekommen? Ja, aber es ist ein R3-X20, bitte toll. Dreht die drei um. Alter, irgendjemand... ...knallt draußen. Ähm, die bitte nicht. Ach, das Feuer, das Feuerwerk beginnt, das Feuerwerk beginnt. Äh, wieso? So, weiter geht's. Ähm, da ist ein Feuerwerk da in der Nähe. Okay. In der Stadt in der Nähe hier. Und warum? Ist das hier verrückt? Ist... Da ist Herbstmarkt. Okay. Einfach so, weil sie YOLO-mäßig drauf sind. Weil YOLO. Und, ähm... Alter, das nervt doch. Hast du eigentlich was in deinem Inventar, äh... Hast du da... Warte mal auf mich, warte mal... Hast du da eigentlich Kies? Ja. Guck mal, bitte. Aua. Alter. Fick dich. Krieg. Ich will meine Sachen wieder. Und genau... Ich hab nichts eingesteckt. Und genau damit... Doch hast du. Doch hast du. Möchte ich etwas einleiten... Ich hab... Dann sag mal, was du hattest. Und sag's mir. Dann möchte ich etwas einleiten, was bald kommen wird. Was? Äh... Woher kam der Schlag? Was? Nichts. Ja. Hä, LOL. Was? Ich seh... Junge, ich... Bam. Hä? Ja, warum? Wie? Hast mich aufgekillt. Ja, aber warum... Warum kann ich dich nicht sehen? Weil du schlecht bist, weil ich kurz vorher gestorben bin. So einen Schrott will ich nicht. Hast du Unsichtbarkeitstrank genommen, oder was? Hä, LOL. Weil es hängt grad zu der Art, dass ich... Ich kann die Sachen einfach nicht aufnehmen. Ohhhh. Weil ich disconnecte einmal kurz. Mal, warum kann ich dich aufnehmen? Und zwar... Ich glaub, ich geh mal irgendwie aus dem Vollbild raus. Das ist alles aufgenommen. Warum bin ich jetzt wieder hier? Okay, perfekt, perfekt. Äh... Und zwar wird es aber Folge XYZ Krieg geben. Da liegen jetzt irgendwie deine Sachen rum. Damit die ganze... Ja, ich kann es dir nicht aufnehmen. Ah, jetzt, jetzt. Ja, ah. Damit wird ein bisschen Spannung in die Sache gebracht, würde ich mal sagen. Und ab dieser Folge, ab Folge 16 müsste es hier sein, ähm, beginnt auch die Vorbereitungsphase, kann man so sagen. Wenn man will, wenn man möchte, wie auch immer. Ähm... Dann werden wir uns auf zwei verschiedene Inseln begeben. Einmal eine ganz da hinten. In die Richtung. Und einmal eine ganz da hinten. In die Richtung. Hier sieht man die grad nicht. Ähm, ist aber nicht alles weit weg. Das wird sozusagen der Mittelpunkt hier. Unser Haus. Unser jetziges. Und ja, dann werden wir ab Folge 27, ähm, dann zu den Inseln gehen. Unser Haus bauen. Ab Folge 30 wird es dann kritisch, würde ich mal sagen. Denn ab da... Ja, ab da... Wird es kritisch, würde ich mal sagen. Denn ab da bekämpfen wir uns. Ab da ist PvP an. Wie es auch grad ist, aber... Ab da... Nein. Doch. Doch. PvP ist an. Doch. Aber... So. Tja, und irgendwann schreie ich wohl Revolution und kick dich... Oder hau dir denn den Kopf ab. Näää. Irgendwie witzigerweise, weil er ist ja auf dem Gymnasium und ich bin auf der Hauptschule und irgendwie haben wir so grad das gleiche Thema. Oder er hatte das vorher. Und jetzt hab ich das. Wir haben jetzt grad... Wir haben jetzt grad das gleiche Thema. Und dann sagst du, nee, das... Höre ich grad ein Echo? Echo! Ich höre grad ein Echo. Hast du Kopfhörer auf? Äh, warte. Ah, sorry. So, jetzt? Echo! Echo! Ich höre immer noch ein ganz bisschen was. Und jetzt? Hast du Kopfhörer auf? Nein, das funktioniert immer noch nicht mit Skype und dem Sound von Minecraft. Und da find ich irgendwie auch im Internet keine Problemlösung. Also, äh, ich erklär das mal eben. Ähm, wenn ich meine Kopfhörer ransteck und... Also, mit niemandem skype oder mit TeamSpeak irgendwas mache. Ähm, oder diverse andere Programme. Ähm, ähm, da halt was mache. Und... Also, wenn ich die nicht benutze. Also, mit niemandem über den PC telefoniere. Ähm, und... Irgendjemand, ähm... Also, ich spiele dann halt Spiele. Einen, aber dann höre halt den Sound über meine Kopfhörer. So, aber wenn mich irgendjemand anruft höre ich den übel Kopfhörer. Aber dann höre ich dann wieder den Sound von den ganzen Spielen. Ähm, höre ich dann über meinen PC-Lautsprechern. Ähm, mal ein paar Spielen kann man das zwar einstellen über welche Kopfhörer... also über welche Lautsprechern das abgibt. Ähm, ähm, aber... Äh, aber hier ist es irgendwie nicht. Du hast noch... Nee, ich hab Kies, gut. Das baue ich nämlich mal eben ab manchmal wieder, bis ich... Ich hab keine Schaufel, warum nicht? Haha. Ja, wie? Haha. Ja, wegen dir nicht. Davor hatte ich, glaube ich, eine. Ich hab nur meine Schaufel, meine Dier-Schaufel. Ja, klar. Toll. Jetzt fehlt mir wieder ein Eisen. Aber egal, hab ich ja noch zu Hause. Aber immer noch... Das gibt's doch nicht. Ich will ein Flint. Und... Gebt mir ein Flint. Blödes Spiel. Haha. Sonst bekommt man immer richtig viel Flint, wenn man grad nur Kies haben will. Jetzt bekomme ich einfach mal kein... Das gibt's einfach nicht. Mach mal ein bisschen mehr. So, 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 so. Kann man hier kein Flint kriegen, oder was? Was ist das für eine Scheiße? Ja. Ja, die jetzt... Hast du eine Diamant-Schaufel? Ja. Lol. Ach ja, stimmt. Ich hatte auch... Warte mal. Ich weiß, dass ich auch eine Diamant-Pick-Aggs hab, aber ich weiß gar nicht. Hä? Ich weiß auch, dass ich eine hab. Also, wenn du die jetzt aufgesammelt hast und ich die in deiner Kiste finde und du auch eine dabei hast, ne? Ich hab eine in meiner Kiste, ja, aber da gehst du nicht ran. So, guck mal, in meinen Kisten. Ach so, gut, die ist in meiner Kiste. Da will er aus meiner Kiste was rausnehmen, weil er seinen Kram so schlecht sortiert hat und einfach nichts findet. Ja, genau. So läuft das hier, ne? Ja, ich kenn's. So läuft das immer. Was dagegen? Ja. Jetzt hab ich immerhin ein Flint. Das kann ich gut gebrauchen für die spätere Zeit, wo dann auch sicherlich da ab Folge 30 gut TNT verbraten werden könnte. Also, ich wüsst ja nicht warum, ne? Aber irgendwo in so ganz bestimmten Gebieten auf einer ganz bestimmten Insel, die ich aber so ausgewählt hab, ganz frei, ohne irgendwelche Hintergründe, dass hier irgendjemand anders ein Haus drauf haben könnte, nein, niemals. Wollen wir uns jetzt eigentlich schon dafür vorbereiten, oder? Ja, grundsätzlich so Sachen sammeln und so kann man tun. Und auch so erstmal Haus bauen, oder? Nee, Haus bauen erst ab Folge 27. Okay. Wir bauen so lange noch in unserem Haus weiter hier. Das wird dann sozusagen der Mittelpunkt. Aber ich wollte eh noch ein, also ohne Krieg jetzt, äh, wollte ich eh noch ein Haus auf dem Berg bauen. Und es wird schon wieder nachts, oder? Ach. Wärst du nicht irgendwie schlauer, dann gleich, ähm, beim Krieg dein Haus auf dem Berg da zu bauen? Hä, was ist denn hier los? Hallo? Pff, das kann ich jetzt denn ja daneben bauen, oder keine Ahnung. Aber trotzdem, ich will, ich will ein relativ schönes Haus daneben, also dahin klatschen. Und es wird Nacht. Das will ich eh wieder stopp bauen, und es macht keinen Sinn, ein schönes Haus zu bauen. Nein, ich mein, also jetzt, nicht für den Krieg. Ja, dann mach doch. Ja, und jetzt geh ich ins Bett? Nein, ich will meinst du bekämpfen, ich brauch, äh, Schwarzpulver. BKÄPFN. Das nervt mich echt, dass so hängt, ey, diese Hände, 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 Hände. Ich glaube, du ne Bambusleitung hast. Weil ich war es da. Okay, ich bin da nicht, okay, ich bin da nicht besser, aber trotzdem. Die Schlucht. Die Leitung nicht gedrosselt. Die Schlucht. Was bei mir? Was bei dir? Bei mir wird es nicht gedrosselt. Was? Wie? Hä? Wegen Telekom und so. Ach, tschüss. Wir wechseln doch bald den Anbieter. Wahrscheinlich. Reaper, hinter dir. Häää!